Wer bist du? Wie heißt du? Was machst du bei Citex? Also ich bin Marlene und ich mache meine Ausbildung als Industriekauffrau bei Citex. Citex, das ist mehr als ein Team, muss ich sagen. Also man hat richtig viele Freundschaften, es ist wie eine zweite Familie, muss ich sagen. Also es geht ja nicht darum, dass du, wenn du Probleme auf der Arbeit hast, du kannst auch ein privates Problem haben. Und Citex wird für dich da sein. Die passen schon auf dich auf, die kümmern sich um dich. Ich kann einfach sagen, seitdem ich hier bin bei Citex und jetzt die Schule auch angefangen habe, ich hatte Schwierigkeiten mit der Sprache, ich habe Nachhilfe bekommen, mein Leben in Portugal verbracht und bin hier seit fünf Jahren. Das bedeutet, ich habe noch nicht so viele Freunde. Deswegen würde ich sagen, als erstes von Gast eine zweite Familie. Ich habe hier bei einer Pizzeria früher gearbeitet und dann kam so mein Onkel und gesagt, warum fragst du mich mal bei Citex? Dann habe ich da gefragt, habe einen Termin gekriegt, habe einen Probetag gemacht. Ich fände das super. Ja, am nächsten Tag habe ich dann bei Citex angefangen direkt. Seitdem bin ich hier, bis mir gefragt wurde, willst du nicht eine Ausbildung machen? Ich habe nämlich schon zwei Jahre vorher in der Produktion gearbeitet und dann kam das alles. Und dann habe ich auch meine Ausbildung angefangen. Ich kann das nicht erklären, es macht einfach nur Spaß. Die Menschen sind auch alle sehr, sehr lieb und unterstützen dich auch in jeder Kleinigkeit. Ich bin ein Hotshot, Baby. Ich bin ein Hotshot, Baby. Ich bin ein Hotshot, Baby. Untertitelung des ZDF für funk, 2017